Ich bin zu schön, ich bin zu doll, ich bin der Anton aus Pirol Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderbaren Kanal. Heute bei auch Anton. Moin. Ja, ich bin auch wieder dabei. Hi. Ein sehr seltener Gast auf diesem Kanal, deswegen dachte ich mir ja kaum, nach all dieser langen Zeit, nehmen wir uns doch wieder mal. Ich mach jetzt halt nur Putums. Schön. Danke. Du bist so schön. Nein. Ich glaub ich kenn schon das neue Lied für das Intro. Nein, das weh, du machst das, du kriegst ein Like. Oh, ich komm genau zu euch, Moin. Läuft ja. Oh ja, und wie ich lauf? Ah cool, die wirft mich ab, läuft bei ihr. Aber hey, vielleicht wirft ihr ein Break-A-Lies machen. Ja, ist hier drin. Oh nein, die kommt instant zurück, ich freu mich. Oh ja, guck mal. Ich seh da was ankommt. Hier, Spotlight. Ah, der sieht halt echt wie Schübe aus. Wunderbar. Komm, wir machen lieber den Jen. So ein Scheinwerferlicht. Und hier da, Special Effects. Lieber den Jen. Sie stehen unter Hares. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat sich gerade angehört wie eine Uhr. Ich werde da so eine Uhr einblenden. Du kannst mich mal. Scheiße, ich stehe auf der falsche Seite. Leute verletzen immer nur meine Gefuhle. Ich hab den neuesten Titel. Das ist der geilste Moment des Videos, das muss rein. Unsichtbar. Wenn das klappt. Mach den nicht. Die ist hinter dir. Jetzt weiß ich es. Was? Es ist hinter der rechten. Von links? Als ob die das... Die schon. Das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Das war das. Das war der beste Moloch-Sound aller Zeiten. Moloch? Moloch. Hält, hab ich mich erschrocken. Die kapiert das nicht. Ja, für dich, Allah. Kind, die zuge. Was macht die denn? Wieso geht die zur Seite? Ich will meinen Paletten-Stun. Leidet sie. Wir beide sind so lost. Wir sind so lost. Oh mein Gott, jetzt kann ich Baka-Uni-Chan machen. Baka-Uni-Chan. Ich hab das so zugeschrieben, dass du es gemacht hast. Wie meint es, ich hab dich gelabert. Ich hab mein... Ich hab's verkackt. Ich hab's mein Leben. Ich hatte noch die Saal-Bissau-Badie-Atock-Kackt, weil ich's mich surprised hat, dass ich die Saal-Badie-Atock-Kackt habe. Ja, ging bei mir genau gleich. Warum ist da der Skill-Check, denk ich mir nur so und dann... Ich hab kein... Ich hab's wie gedrückt. Ich hab gar nicht gedrückt. Ich bin ein Mensch, der drückt gerne. Aber immerhin hier rinke. Und das war's. Hast du das gesehen? Jaja, ich weiß. Sie, Flee, Sixty. Ich kann nicht wirklich Bild bearbeiten. Was ich als Peak bearbeitet hatte, als Bild war, ich hab ne Wüstensel... ne Zeltas genommen. Und hab da das Peach-Gesicht draufgeklebt. Und was für ne WhatsApp-Gruppe. Das muss mir senden. Das muss ich jetzt einfügen. Wir machen, wir machen weiter. Hallo, harte neben, hallo. Mein Dead-Ock geht nicht. Hä? Mein, mein Dead-Ock ging nicht. Ich hab das jetzt so aufgedrückt. Hä? Komisch. Auf den Mund, der wird es still. Gibt's du das nicht? Körl-Essung. Ich sag du halt nicht. Aber ich muss es schnell zeigen, das ist zu gut. Ah, Bot flüchtet schon. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Warum haben wir zwei Steves? Ich will jetzt nachkommen. Wollen wir es auch? Ja, komm. Und dann wohnen wir uns, dass wir keine Runde gewinnen. Nein. Schade. Das wäre so cooler Content. Ja. Wurde es aber dächtbar machen. Noch andere zuzwingen, Geld für dieses Spiel auszugeben. Weil man kann Big Chunk es nicht da unten kriegen. Äh. Detect. Okay. Das hat gar keine Lust. Oh, jetzt kommt er so. Das war schon dreimal. Schnell. Schnell. Ich hab am meisten Punkte von euch. Oh, das Intimate hat sogar einen niederschlüssel. Oh, fuck. Ich seh's. Wieso kann der rankommen? Wieso kann er nicht einfach stehen bleiben an der Stelle, wo er abgeschossen hat? Das ist so dumm. Er kann hergehen und mich gleichzeitig ranziehen. Da kann ich auch gar kein Objekt zwischen uns beide bringen. Das ist der Problem des Killers. So, an dieser Stelle soll's auch gewesen sein. An dieser Stelle soll's auch gewesen sein von diesem heutigen wunderbaren Video. Ich nehme an, dass wir keine Verzögerung haben beim Upload, weil ich überhaupt nicht am Sonntag zu faul bin, um das Video zu schneiden. Deswegen, man hört sich auch im nächsten, was auch immer. Am Ende werden jetzt noch ein schön paar Videos eingeblendet. Darauf könnt ihr gleich drücken. Und nochmal danke für all den geilen Support. 20 Klicks, 9 Likes. Bis dahin, man sieht sich im nächsten, was auch immer. Ciao. Ciao.